Also ich habe keine Lust, 2 bis 3 Euro für eine einmalige Maske auszugeben, das mache ich nicht. Und ich lege mich nicht 10 bis 30 Minuten irgendwo hin und halte die Fresse, das kann ich leider nicht. Hallo, oder so, meine lieben Leute. Ja, guten Tag. Also ich begrüße euch wieder, natürlich hier bei mir. Und ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, ich bin hier. So, und hinter dieser Tür, hinterm Schrank, da ist ganz oft, eigentlich ist da immer, meine Aufgebrauchtecke. Und natürlich möchte ich euch heute wieder zeigen, was ich alles aufgebraucht habe. Und vorher wollte ich euch die Ecke nochmal zeigen, die sieht heute nicht ganz so schlimm aus, wie bei den letzten beiden Malen. Ich habe hier nämlich ein bisschen was verändert, das zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar habe ich hier oben zwei Nägel in die Wand gehauen, damit ich da die Tüte aufhängen kann, denn da unten steht jetzt zwar ein Sonierkarton, der vom Colorwaschmittel, den vom Vollwaschmittel habe ich zwar auch aufgebraucht oder fast aufgebraucht, aber letztes Mal, als ich da gesammelt hatte und ich da ausgeräumt hatte, da war da eine so riesige Spinne. Und, oh Gott, das wollte ich halt nicht nochmal. Und deswegen hoffe ich, dass das da oben jetzt nicht passieren kann. Und genau, dann legen wir los, würde ich sagen. So, und bevor wir jetzt mit den Produkten anfangen, wollte ich euch einmal um einen Gefallen bitten. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Und zwar ist es so, dass mein Bruder und meine Mutter, die haben vor ein paar Monaten zwei Hunde aus Moskau adoptiert, von einem Verein quasi, der eben Straßenhunde von der Straße holt und dann, ja, also aufpäppelt und vermittelt und so weiter dann hier innerhalb von Deutschland. Und, ja, die haben jetzt eben auch einen YouTube-Kanal und die hängen bei 13 Abonnenten fest. Und dieser Kanal braucht einfach natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, damit die Hunde schneller vermittelt werden. Und, ja, also ihr müsst ja da nicht direkt hingehen und einen Hund adoptieren. Aber, wenn ihr das so ein bisschen, ja, helft, publik zu machen, dann helft ihr halt auch natürlich den Hunden schneller ein besseres Zuhause zu finden oder überhaupt ein schönes Zuhause zu finden. Das ist echt immer traurig, was man da so mitbekommt. Also wirklich nicht schön. Also, wenn ihr da Informationen haben wollt, dann klickt unten bitte auf den Link. Da kommt ihr auf jeden Fall zum Kanal und ich verlinke auch nochmal die Homepage. Das heißt Miras Hundehilfe oder Mira Hundehilfe. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch jetzt halt bitten, da einmal vorbeizuschauen, zu abonnieren und zu empfehlen. So, und das war es dann jetzt auch tatsächlich schon. So, aber das wäre mir wirklich sehr wichtig, dass da halt die Hunde schneller ein gutes Zuhause finden. Je mehr Leute das sehen, desto mehr Leute kommen auch in Frage, die sich da natürlich, ja, als Herrchen ausgeben können. Ne, das ist nicht das Richtige. Aber ihr wisst schon, was ich sagen möchte, oder? Nun gut. So, aber wir fangen jetzt an, weil eigentlich habt ihr ja dieses Video angemacht, weil ihr ein Aufgebraucht-Video sehen wollt. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Aber, ja, wir wollten halt auch das so ein bisschen nutzen und was Gutes machen. Ne? Ja. So, da es diesmal nicht ganz so viel ist, obwohl es auch immer noch sehr viel ist, werde ich keine Kategorien unterteilen, sondern einfach nur reingreifen und euch dann, ja, meinen Senf dazu sagen. Deswegen ist es heute ganz wild durcheinander. So, und hier kommt mir auch direkt der erste Weichspüler entgegen. Ja, den hatte ich so gerade im Gebrauch, als ich das mitgekriegt hatte mit diesen ganzen Tierabfällen da drin und so weiter. Und ich hatte den zwar schon etwas weniger gerne benutzt, muss ich zugeben. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, ist, ja, wie soll ich sagen, das ist halt ein sehr schwieriges Thema, ne? Ich weiß nicht, ob ich weiterhin sowas benutzen werde. Ich denke schon, weil ich das auch nicht allzu häufig benutze. Aber, ja, also der war jetzt auf jeden Fall echt gut, hat lange gerochen. Ja, das ist natürlich unschön, aber was soll ich machen, ne? Und hier geht es auch mit einem Produkt weiter, finde ich wirklich sehr gut. Ich habe allerdings gehört, also das sind so eine WC-Einhänger für, ja, für das WC von Frosch in der Duftrichtung Himbeer. Und viele von euch hatten mir erzählt, als ich den gekauft habe, der hängt jetzt gerade noch mit den letzten Resten quasi im Klo. Und, na, die hatten mir gesagt, dass der bei denen immer aus der Toilette gerutscht ist, weil man den nur so irgendwie unter den Rand schieben muss. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen und die haben mich halt quasi schon gewarnt, dass das nicht halten wird. Und ich muss sagen, bei mir hat es gehalten. Das wird anscheinend wirklich auf die Kloschüssel desjenigen ankommen, ob das da hält oder nicht. Bei mir ist es auch nicht einmal rausgerutscht oder so. Ich musste auch nicht nachschieben. Das hing da eigentlich die ganze Zeit fest und jetzt ist es halt wirklich gerade, ja, fast leer. Und, ja, also es hat jetzt nicht großartig geduftet oder so. Das hat es jetzt nicht gemacht, aber, ja, das Klo war jetzt auch nicht total voll mit irgendwelchem Urinstein oder so. Ja, toll, ich rede hier direkt am Anfang wieder von den richtig leckeren Sachen. Auf jeden Fall würde ich es tatsächlich wieder kaufen. Ich würde mir wünschen, dass die noch so ein bisschen mehr Sorten rausbringen, weil Zitrone oder Himbeer ist ein bisschen wenig. Aber die wollen vielleicht auch erst mal gucken, weil steht ja auch drauf, ist nur neu. Und deswegen, ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was Neues. Also bei meinem Klo funktioniert es. So, und dann habe ich hier eine Haarfarbe von Country Colors. Das ist die Farbe 80 Arabier Schwarzbraun. Ja, hatte ich einfach mal gekauft, weil meine andere Haarfarbe, das hört ihr auch ständig, ne? Ich rede ständig über Haarfarbe und darüber, dass mein Ansatz die Farben irgendwie nicht so gut annehmen möchte. Also hier die längeren, die sind sowieso dunkel, ne? Und die nehmen auch immer mehr Dunkles auf, habe ich das Gefühl. Nur hier oben halt. Auch wenn ich es da sehr viel länger einwirken lasse, das ist irgendwie immer viel, viel heller. Ist ja auch klar, ne? Die Farbpigmente sammeln sich hier und hier oben ist es dann halt nicht so konzentriert. Bei den helleren Haarfarben ist es aber jedenfalls so, auch wenn die dunkler sind als meine Naturhaarfarbe, dass sie das einfach nur aufhellen und orange machen. Und deswegen habe ich jedenfalls hier einmal Schwarzbraun ausprobieren wollen. Und das hatte mir tatsächlich auch ganz gut gefallen, weil es war tatsächlich nicht ganz schwarz. Aber der Ansatz war auf jeden Fall erstmal gefärbt. Was mir hier aber nicht so gut gefallen hat, ist, dass das nur eine Zweierstufe ist, also keine dauerhafte Koloration. Aber anblondieren tut das Zeug irgendwie trotzdem, ne? Keine Ahnung, ob die uns da veräppeln wollen oder so. Also eigentlich soll es sechs bis acht Wochen halten, aber es ist auf jeden Fall dann blondiert bei mir halt, ne? Genau, ich werde die jetzt wahrscheinlich nicht wieder kaufen, weil die halt auch sehr viel Dreck auf der Kopfhaut macht und das nervt mich ein bisschen. Und deswegen, ja, und dafür hält sie dann quasi nicht lange genug. Dann ist der Rückstand auf der Kopfhaut quasi noch da, obwohl die Haarfarbe schon gar nicht mehr da ist. Egal. Aber sonst war es jetzt so zum Ausprobieren ganz nett. Ja, die haben eben auch so schön viele Brauntöne. Das mag ich halt immer ganz gerne. So, und dann kommt mir hier ein Duschgel entgegen von meinem Jungen. Das liebt er. Er hat noch vier Flaschen davon und ich soll noch ein paar davon nachkaufen, weil er das so gerne mag. Und, ja, Cool Moon duftet nach kosmischen Abenteuern und von Balea. Ich glaube, über Duschgel müssen wir hier sowieso nicht ganz so viel sprechen. Es sei denn, sie sind jetzt außerordentlich toll oder außerordentlich sch***. Aber das war jetzt auf jeden Fall gut und es hat ihm gut gefallen. Und ja. So, und hier kommt ein dekoratives Produkt aus der dekorativen Kosmetik. Ähm, nehme ich auf? Ja doch. Auf jeden Fall ist das aus dem Adventskalender die Essence Super Curl Volume Mascara. Die hatte hier so ein ganz spezielles Design halt aus dem, ja, Adventskalender eben. Und deswegen sah die eben auch weihnachtlich aus. Ich habe die nicht viel benutzt. Ich hatte die meine Zeit lang als meine Lieblingsmascara. Hatte dann aber eine andere, weil die eben dann nicht mehr so toll gehalten hat. Und als ich die jetzt kürzlich nochmal benutzen wollte, war sie komplett eingetrocknet. Und sie hat mir jetzt nicht so gut gefallen, dass ich da jetzt Anstalten machen möchte, die wieder in Ordnung zu bringen. Zumal das ja sowieso dann meistens nur so für zwei, dreimal Tuschen reicht. Und deswegen, ja, kommt die halt weg. Würde ich auch nicht wieder nachkaufen. Und ich weiß auch nicht, ob es die überhaupt noch gibt. So, und dann habe ich hier von Action die Hydrogel Augenmasten. Die sind hier mit so einem Spitzenmuster und hat mir an sich auch ganz gut gefallen. Ich werde sie bestimmt mal wieder kaufen. Aber ich denke, für eine Augenmaske, also die könnte auch ein bisschen mehr machen. So, und hier geht es weiter mit einem Frosch Bio Spiritus Multiflächenreiniger. Ihr wisst, ich liebe den normalen Spiritusreiniger. Und der hier hat jetzt, ähm, außer dass der hier so eine, ähm, der hatte so einen Aufsatz, dass er ein bisschen schaumig rauskommt quasi. Und, ähm, ja, sonst habe ich da jetzt nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Eher noch im Gegenteil. Ich fand den anderen tatsächlich noch ein bisschen besser. Deswegen werde ich den nicht wieder kaufen. Der ist jetzt auch nur minimal teurer, aber das muss ich halt nicht haben. Und dieser Schaumaufsatz, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, genau. Und hier, das ist ein Geheimtipp, in Anführungsstrichen, von mir. Das, äh, habe ich bei Kik gekauft. Und, ähm, das hat einen Euro gekostet. Da sind immer diese Augenbrauenformer drin. Die sind zwar, ähm, etwas länger als die, die man in der Drogerie bekommt, aber eben auch sehr viel günstiger. Und ich komme damit super gut aus. Ich habe nämlich bei den anderen immer, die kosten meistens zwischen 2 und 3 Euro. Und, ähm, ja, 2,80 und 3 Euro. So. Auf jeden Fall ist mir das einfach ganz oft zu teuer dafür, dass da eben nur 2, 3 drin sind. Und die habe ich auch noch ein paar Mal da. Und die werde ich mir auch noch ein paar Mal holen, wenn ich sie sehe. Aber ich habe sie auch schon ein paar Mal nicht bei Kik gesehen. Deswegen, ähm, ja, ist halt nicht immer da. So, hier sind ein paar Masken. Hier habe ich einmal was von Paola Maria. Hier von Lovely. War ganz nett. Nichts Außergewöhnliches, muss ich sagen. Aber hat sehr gut gerochen. Ich mag ja Manuka-Holig unheimlich gerne. Genau. Und hier, das ist eine Maske auch wieder von Action. Die Goldmask. Und, ähm, die hatte so, also so 2 Teile. Und dann hatte man eben so ein goldenes Gesicht. Sah super gut aus. Hat auch, ähm, als erste 2-Part-Maske quasi. Bei mir das erste Mal richtig gut gehalten, ohne dass es verrutscht ist. Weil sonst rutscht mir immer das untere Teil so runter. Und ich lege mich nicht 10 bis 30 Minuten irgendwo hin und halte die Fresse. Das kann ich leider nicht. Und, ähm, obwohl ich manchmal auch echt still sein kann. Das glaubt man gar nicht, ne? Gerade so, wenn ich irgendwo dazukomme und ich niemanden kenne. Oder ich weiß, dass die mein eigentliches Wesen nicht besonders tolerieren würden. Tolerieren, tolerieren würden. Ähm, dann halte ich mich immer komplett zurück. So. Auf jeden Fall. Hat die eine ganz tolle Pflegewirkung gehabt. Was mich aber ein bisschen gestört hat, war, dass, ähm, hinterher natürlich ein bisschen die Haut geglitzert hat. Das mag ich überhaupt nicht bei Masken, wenn dann da so Rückstände sind. Ich musste mich auf jeden Fall danach abwaschen. Ähm, aber da steht halt drauf, dass man es einmassieren soll, ne? Meine ich zumindest. Das steht doch sonst auch immer drauf, oder? Ja, restliche Serum in die Haut einmassieren. Also sollte man tatsächlich auch nicht abwaschen. Aber ich mag das Glitzerzeug nicht. Deswegen werde ich die nicht wieder kaufen. Finde ich eigentlich echt schade, weil die Wirkung wirklich ganz gut war und dieser Sitz halt, ne? Aber Glitzer ist halt, ne? Vielleicht werde ich sie auch noch mal kaufen. Aber auch keine Ahnung. Aber ist halt nur so lala. So, und dann habe ich hier aufgebraucht das erfrischende Waschgel mit Aloe Vera Extrakt von Garnier. Das war aus dieser Botanicals Serie, meine ich. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat mir das sehr gut gefallen. Es hat super gut gerochen. Ich hatte mir das damals gekauft, als ich noch trockene Haut hatte. Aber da hatte ich eben auch noch keine Pickel. Ich habe ja auch immer noch so ein bisschen trockene Haut, aber eben nur zum Teil. Jetzt eher ölige, ne? So eine Mischhaut halt. Ja, bla. Auf jeden Fall für den eigentlichen Gebrauch bei trockener Haut hat es mir sehr gut gefallen, weil es einfach auch super gut gerochen hat. Ich werde es mir jetzt aber trotzdem erstmal nicht nachkaufen, weil ich ja jetzt eine andere Haut habe, durch die Pillen nicht mehr Einnahme oder so ähnlich. So, und hier habe ich ein Produkt. Das habe ich vor zwei Tagen aufgebraucht. Und ich werde es nicht noch mal kaufen. Das ist von Sion, äh, Sion, Salon, Plex Intensiv Aufbaukur. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es die überhaupt noch gibt. Ich mochte die eine Zeit lang wirklich sehr gerne. Auch das Shampoo und die Spülung, die war immer richtig gut. Aber wie gesagt, irgendwie weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Und ich war dann irgendwann halt gelangweilt, ne? Nun gut, auf jeden Fall war das so der letzte Rest davon noch. Und hat eigentlich wirklich super gut gepflegt unter der Dusche. Ein ganz tolles Gefühl, wirklich, von den Haaren. Und, ähm, ja, was mir aber nicht so gut gefallen hat, ist, dass wenn ich am nächsten Morgen meine Haare durchgekämmt habe, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das noch so ein bisschen stoppig in den Haaren ist. Als wäre noch so ein, ja, leicht fettiger Rückstand, Rückfilm da in den Haaren. Und deswegen möchte ich die nicht nochmal haben. Ja. Aber ansonsten wirklich ein ganz gutes Produkt. So, und bei diesem Produkt hier war ich sehr froh, dass es leer war. Und zwar hatte ich das auch von Action, wirklich viel von Action diesmal, ne? Das ist das Body Scrub, hatte ich, glaube ich, im Februar gekauft. Ähm, mit Lavendel. Und, ähm, ja, das hat halt nach Lavendel natürlich gerochen. Ich persönlich mag das nicht ganz so gerne. Ich finde es jetzt zwar auch nicht total scheiße, aber irgendwie ist es für mich wie Zitronengeruch in der Toilette bei anderen. Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, das war sehr, sehr fein, aber sehr grob dennoch. Also, ähm, wenn ich sonst solche Body Scrubs nehme, dann ist das halt immer so groß wie Zucker quasi, dieses Peeling-Gedöns da drin. Und hier war das eher wie Salz tatsächlich. Ich glaube, es sollte auch Salz sein, oder? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, war es tatsächlich so, da ich diese Peelings ganz oft auf trockener Haut benutze, weil ich den Eindruck habe, dass es dann noch mehr pellt eben, ne? Da, ähm, hat man sich mit diesen Partikeln tatsächlich richtige Schwanen gemacht. Das fand ich nicht so witzig. Deswegen habe ich das dann nur nass benutzt. So habe ich es eben auch leer gekriegt. Das war dann auf jeden Fall zu schade, um es wegzuschmeißen. Ja, das gibt es aber eh nicht mehr. Deswegen werde ich es jetzt einfach eben entsorgen. Denn die Verpackung, ja. Und, äh, natürlich auch nicht wieder nachkaufen. Aber allgemein bei Action würde ich auf jeden Fall schon noch mal Peelings kaufen, weil die sind ja nicht alle so, gehe ich von auf. Und dann habe ich hier eine Packung Einweg-Grasierer-Doppelklinge für Herren leer gemacht. Und die habe auch ich einfach benutzt. Ich benutze eigentlich immer Herren-Rasierer, weil die irgendwie... Ich schneide mich damit nicht so schnell. Keine Ahnung. Ich hatte letztens nämlich von... Vielleicht ist hier da sogar noch die Verpackung drin. Ähm, bei Netto hatte ich mal die Damen-Einweg-Rasierer mitgenommen. Die waren halt schön pink und die waren an der Kasse. Und ich hatte den Eindruck, ja, kannst mal mitnehmen. Und damit habe ich mich mega oft geschnitten. Das fand ich voll sch... Richtig sch... So, und die sind ein bisschen besser. Aber am allerbesten gefallen mir die von Balea. Und vielleicht, äh, ja. Ich hatte letztens mal ein... Das war irgendwie eine Balea Hausmarke. Ein Rasierer. Und da müsste ich mir mal neue Aufsätze für kaufen. Aber, ähm... Ja, also da hat man schon einen Unterschied gemerkt. Damit habe ich mich überhaupt gar nicht geschnitten. Egal wie schnell ich damit über die Haut gegangen bin. Also das war wirklich richtig gut. So, hier ist einfach eine Seife leer gegangen. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Außer, dass sie ganz gut gerochen hat. Aber sie ist mir dann zum Schluss auch ein bisschen auf den Keks gegangen. So, das ist ein richtig sch... Produkt. Und zwar, ich hatte euch mal vorgeschwärmt von diesem hier. Das habe ich nämlich auch leer gemacht. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Gerade wenn man es eilig hat und, äh, aber ein bisschen Pflege in den Haaren haben möchte, dann kann man das rein machen. Das ist eben, das heißt Rapid Reviver. Hier. Und, ähm, ja, das ist halt eine Mischung aus Kur und Spülung. Soll man anwenden wie eine Spülung. Soll aber, ähm, ja, eben nährend sein wie eine Kur. Und bei der ist das auf jeden Fall auch der Fall. Das fühlt sich super toll an. Das ist super glatt und richtig, richtig toll. Und das dagegen ist einfach nur... Weil... Ach Gott, also das ist hier halt von, ähm, Tonerde absolut die Reihe. Und, ach Gott, was war denn damit nochmal? Ach so, genau, das habe ich in die Spitzen natürlich gemacht. Und, ähm, das Ganze nochmal ausgespürt, wie alles andere auch. Und das ist einfach nicht runtergegangen. Das war alles so matt, als wäre die Tonerde da drin geblieben irgendwie. Und, äh, das Shampoo davon, das ist toll. Super, super toll, ne? Aber das Zeug, also bitte kauft diese Sorte nicht. Die ist einfach nur... Ich habe den Rest davon übrigens auch nicht aufgebracht, sondern, ähm, ich hatte mal bei Action so eine riesige Pumpspenderflasche Spülung gekauft. Und, ähm, die benutze ich ja immer zum Rasieren, wisst ihr ja. Und da habe ich einfach den Rest oben mit reingedrückt. Und das werde ich ab jetzt dann immer machen mit irgendwelchen Produkten, die ich nicht mag. Einfach oben in den Rasier... Rasier... Lotion, äh, Spender rein. Ihr wisst schon. Das habe ich nämlich auch hier mit, äh, der Spülung von dem Produkt gemacht. Das hat nämlich auch überhaupt gar nichts gemacht. Wo ist denn das? Das war richtig scheiße, das Zeug. Also, das ist das Shampoo hier von Alverde. Repair Shampoo. Das Shampoo war noch ganz in Ordnung. Man musste danach richtig viel Pflege in die Haare machen, damit man durchkam. Also, ne, weil meine Haare sind natürlich nicht so ganz, äh, heile und so weiter. In Ordnung. Ohne Spliss und so weiter, ne. Sind sie halt nicht. Und deswegen hatte ich natürlich Probleme mit silikonfreien Shampoos. Ich möchte mich jetzt noch nicht komplett von silikonfreien Shampoos verabreden. Aber das hier werde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Mir hat so auf Dauer der Geruch... Okay, der Geruch... Oh Gott. Dieses hier werde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Denn da hat mir auch so auf Dauer der Geruch überhaupt nicht gefallen. Und es hat mir nicht genug gepflegt. Ich mochte das einfach nicht. Ich werde auf jeden Fall weiterhin mal so ein bisschen nach silikonfreien Shampoos gucken. Ja, aber auf meiner Kopfhaut fühle ich auch trotzdem keinen Unterschied. Wahrscheinlich ist das, was ich an Problemen auf der Kopfhaut habe, sowieso wieder hormonell bedingt. Und ich kann von außen nicht wirklich viel dagegen machen. Macht nichts. Bla. So, das hier hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch ein Shampoo. Achso, übrigens, bevor ihr hier auf mich schimpft, ne. Ich hatte sehr viele Shampoos gleichzeitig offen. Und ich muss nochmal gucken. Ich blende euch hier nochmal ein, weil ich mein letztes Aufgebraucht-Video gedreht, beziehungsweise hochgeladen habe. Und deswegen ist es vielleicht von dem ein oder anderen Produkt ein bisschen mehr. Nein, ich habe das nicht alles auf einmal von vorne bis hinten benutzt. Ach Gott, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. Ihr meckert ja sowieso, die, die meckern wollen. Und ja, die anderen, wir sind jetzt unter uns. So, das ist von Panthea Provit das Color Protect Shampoo. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß nicht, das hat einfach richtig gut aufschamponiert. Und man hatte das Gefühl, dass das Haar hinterher richtig gut gesäubert ist. Und sich, ja, also man ist gut mit den Fingern noch durchgekommen, obwohl das eben nur ein Shampoo ist und noch keine Pflege wirklich. Ja, würde ich wieder kaufen. Oh Gott, das ist echt viel hier drin, ne? Ja, hier ist nur nochmal so ein Päckchen Seife. Kann man aber auch nicht viel zu sagen. Hier habe ich eben schon gesagt, das ist die Spülung zu dem Shampoo, was ich eben gesagt habe. Da hätte ich mir auch gar nichts in die Haare machen müssen. Also das war überhaupt nicht gut, hat mir nicht gefallen. Da habe ich auch den Rest in meine Rasierspülungsflasche reingedrückt. Oh Gott, und hier ist noch, das habe ich jetzt aber auch aussortiert, das ist von Isana. Das ist Trockenshampoo für dunkles Haar. Ich fühle mich einfach nicht wohl mit Trockenshampoo. Wenn überhaupt, kann ich überhaupt mal Babypuder auf der Kopfhaut ertragen. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, ich bin einfach nur dreckig und deswegen möchte ich mich davon so ein bisschen fernhalten. Und deswegen habe ich hier auch den letzten Rest aussortiert. Oh, das war auch nicht wirklich dunkel. Das war dann auch wieder so rötlich auf dem Kopf, hat mir nicht gut gefallen. Da gebe ich natürlich auch so ein bisschen mehr daran, dass ich persönlich einfach Trockenshampoos nicht mag. Wenn man Trockenshampoos mag, kann man das natürlich, kann gut sein, dass ihr das dann mögt. Ein Duschgel von meinem Mann. Dazu sage ich jetzt auch nur was, weil das ein bisschen besser pflegt tatsächlich als so andere Duschgele. Und er mag das sehr gerne. Und wir werden das wahrscheinlich demnächst nochmal öfter nachkaufen. Das hat halt dann irgendwie so einen pflegenden Effekt tatsächlich noch. Und bei Männern darf das auch gerne mal so sein, weil die sich ja garantiert nicht eincremen. So, noch eine Handwaschseife. Hat mir gut gefallen, würde ich auch wieder kaufen. Aber wie immer nichts Besonderes. Oh Gott, ja hier, Don Tudent Junior Mundspülung. Die hatte ich natürlich für meinen Sohn gekauft. Und ich habe sie jetzt aber aufgebraucht, weil er den Geschmack überhaupt nicht mochte. War nämlich Apfelgeschmack und das hat einfach nur nach Kaugummi geschmeckt. Aber naja, ich war zu geizig, um das wegzukippen oder wegzuschmeißen irgendwie. Genau, aber würde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Wirkung war aber ganz in Ordnung. So, dann natürlich einmal mein Lieblingshaarspray. Und ja, das gibt einfach am allerbesten Halt. Macht so eine richtige Platte, da verrutscht da auch nichts mehr. Und das finde ich sehr begrüßend und es riecht super gut. Deswegen werde ich das mit Kaschmir Touch hier immer wieder kaufen. Kaufe ich auch, glaube ich, schon seit mindestens 10 Jahren. Oh Gott, ich bin schon so alt. So, hier ist noch ein Weichspüler. Auch schon ewig aufgebraucht. Ich glaube, der war auch direkt aufgebraucht, nachdem ich das andere Video gedreht hatte. Ja, das ist auf jeden Fall der hier so mit frischem Schutz. Und der hat mir sehr gut gefallen. Würde ich wirklich nochmal kaufen, wenn ich mich weiterhin dafür entscheide, Weichspüler zu benutzen. Genau, was ich auf jeden Fall weiter benutzen werde. Und auch muss leider, weil meine Wäsche sonst stinkt. Und das ist nämlich Hygienespüler. Ja, da kaufe ich eigentlich den immer überall. Ich habe noch nie einen gehabt, den ich sch*** fand. Und deswegen, ja. So, und das hier ist auch ein, in Anführungsstrichen, Geheimtipp von mir. Denn das habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Das hat mir meine Mutter nämlich mal empfohlen, als ich Wäsche hatte, die mehrere Tage nass im Auto vergessen wurde. Und die hat dann natürlich richtig muffig gestunken, weil die auch dreckig war. Und das hat den Geruch rausbekommen. Wenn das jetzt richtig, richtig schweres, ja, Stinkezeug in euren Klamotten ist, dann hilft das natürlich auch nicht mehr. Da gibt es aber, glaube ich, noch was von Dr. Beckmann. Habe ich aber noch nie ausprobiert. Hier habe ich einmal von Balea die No-Strips mit Aktivkohle. Ich finde die immer nur so mittelmäßig. Also jetzt nichts Besonderes tatsächlich. Also die helfen bei mir sowieso eher weniger gut, auch wenn ich vorher ein Dampfbad mache. Was ich aber letztens gesehen habe, das zeige ich euch vielleicht noch mal in einem Video. Da hatte jemand vorher Backpulver angerührt und auf die Stellen gemacht, wo die Dinger dann raufkommen. Aber ich glaube, Backpulver hatten sie vorher noch abgewaschen oder so. Ja, ich zeige euch das dann noch mal in einem Video, denke ich. Auf jeden Fall, ja, mega cool. Und dann kam auch auf einmal ein bisschen mehr raus. Fand ich gut. Ja, aber ich weiß nicht. Ich werde die bestimmt noch mal irgendwann kaufen. Aber eigentlich finde ich sie nicht so gut. Ich sollte mal die von Biore ausprobieren. So, hier sind auch noch mal die gleichen von Isana. Ich hatte da den Eindruck, dass die ein bisschen besser sind, aber auch nicht so viel. Oh Gott, und das hier habe ich auch sortiert. Das ist so richtig. Das ist eben so ein 7-Tage-Volumen-Styling-Balsam. Den macht man nach dem Waschen in den Haaransatz. Und dann, ja, föhnt man die oder lässt sie trocknen. Und das Problem ist, es ist waschresistent. Das heißt, man kriegt es so schnell auch nicht wieder aus den Haaren raus. Und hier steht zwar kein Verkleben. Es verklebt auch nicht direkt. Aber wenn du so reinfasst, das ist wie bei diesem Volumenpuder. Kennt ihr das? Das ist dann auch so ein ganz komisches Anfassen. Ich persönlich mag das überhaupt nicht. Das Volumenpuder habe ich zwar am Anfang auch zum Beispiel mega gerne benutzt. Aber wenn man das ein paar Stunden so auf der Kopfhaut hat, dann ist einfach alles nur zusammengefallen. Und es ist einfach nur schrecklich alles. So, das hier ist ein ziemlich gutes Deo, würde ich mal behaupten, von Hydrofugal. Aber nur das hier in der Glasflasche. Ich hatte das letztens noch mal in so einer kleinen Plastikflasche nachgekauft. Und das ist irgendwie nicht ganz so toll. Obwohl das gleiche draufsteht. Keine Ahnung. Also hier habe ich einmal das Tyrosur Wundheilgel. Das habe ich ganz oft für meine Pickel benutzt, wenn die dann stark entzündet waren oder so. Und ich habe den Eindruck, dass das auf jeden Fall dabei geholfen hat, dass die schneller weggegangen sind. Das ist halt so ein, ich glaube, das ist ein antibiotisches kleines Gel. Gibt es halt auch als Puder. Benutze ich ja auch immer gerne, ne. Ja, würde ich auf jeden Fall neu kaufen. Beziehungsweise habe ich auch schon neu gekauft. Aber im Moment brauche ich es zum Glück nicht so doll. So, und hier habe ich jetzt noch mal ein paar Masken. Und zwar einmal hier von Action auch wieder. Die liebe ich. Die sind nämlich super günstig. Eigentlich kommen die in so einer Viererpackung in einer, ja, Verpackung halt. Und ja, sind dann vier mal zwei. Und die kosten nur 99 Cent oder 89 Cent. Und die sind irgendwie mit Gurke, glaube ich. Die sind jetzt auch nicht so eine Gelauflagen, sondern die sind aus so einem Vlies mehr gemacht. Aber ich habe den Eindruck, die helfen richtig gut. Auf jeden Fall mehr und besser als diese Geldinger, die ich da vorhin hatte. Und deswegen werde ich die auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Ich habe auch noch ein paar da. Und dann von Isana hier die Peel-Off-Maske. Die mag ich auch total gerne mit Aktivkohle. Ja, die trocknet gut. Und ich habe auch den Eindruck, die zieht so ein bisschen was raus. Unter anderem auch die Gesichtshaare. Das ist nämlich auch ganz praktisch manchmal. Da muss man das nicht abrasieren, ne. Jetzt hätte ich einen Bart. Nein, ich meine natürlich nur den Pflaumen, ne. So, und dann hier von Isana auch nochmal der, äh, oder die Hydra Boost Tuchmaske. Ich glaube, die hat mittlerweile auch eine neue Verpackung. Und die ist leider sehr trocken geworden. Früher mochte ich die unheimlich gerne. Aber die ist mittlerweile einfach, ja, als hätten sie weniger Produkt reingemacht. Und deswegen werde ich die nicht wieder nachkaufen. Vielleicht, wenn sie sie nochmal verändern. Und hier ist auch noch eine Maske von Neutrogena Hydro Boost. Und die hat mir sehr gut gefallen. Die würde ich auf jeden Fall schon nochmal kaufen. Aber bei dem ist es ein bisschen doof, dass mir halt immer das untere Stück so runterrutscht. Das ist blöd. Aber ansonsten ist die echt lustig, weil die halt so, ja, das ist so ein bisschen auch so gelig, ne. Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut. Ja, und dann habe ich hier auch nochmal was Dekoratives. Und zwar einmal mein Augenbrauenprodukt. Könnt ihr sehen. Das ist auf jeden Fall restlos leer. Da kriege ich gar nichts mehr raus. Ich weiß, da sieht man noch was. Aber ich komme nicht ran. Ist auch nicht so schlimm, weil irgendwann wird das natürlich auch hart. Ja, wie gesagt, das ist auch nach wie vor mein Lieblings Augenbrauenprodukt. Weil die Farbe einfach perfekt zu mir passt. Und würde ich auch immer wieder nachkaufen. Ist von Revolution. Kriegt ihr bei Cosmetik Verlässt oder Rossmann Online. Hier seht ihr auch schon den nächsten Artikel. Das ist meine erste Paradise Ecstatic in Waterproof gewesen. Ja, liebe ich nach wie vor. Und ich hatte letztens nochmal die Bambi Eye. Die war jetzt neu. Die habe ich mir auch nochmal gekauft. Die hält bei mir aber leider das Volumen nicht so gut. Aber die ist wohl ganz gut, wenn man, ja, wenn es schnell gehen muss quasi. Dann trennt sie ganz gut. Ja, aber ich werde die meiner Mutter rübergeben, weil die fand die total mega super gut. Die Bambi Eye Mascara. Und auch bei meiner Freundin letztens sah das super toll aus mit der. Aber meine Wimpern sind da irgendwie nicht für gemacht. Genau. Aber die hier habe ich auch bereits schon öfter nachgekauft. Und werde ich auch immer wieder nachkaufen wahrscheinlich. Es sei denn, sie verändert sich. So, und hier ist noch ein Glasreiniger. Ja, ihr wisst, ich mache eigentlich das meiste immer mit Glasreiniger. Und hier war ich ein bisschen sauer. Davon habe ich mir nämlich zwei Stück auf einmal gekauft, weil ich den richtig gut in Erinnerung hatte. Hier steht ja auch Stiftung Warentest gut. Auf jeden Fall war ich mit dem nicht ganz so zufrieden. Ich hatte den halt wirklich streifenfrei in Erinnerung. Und wenn ich dann mit meine Brillen geputzt habe, das ging überhaupt gar nicht. Und so auch auf Metallflächen. Das hat überall immer Schlieren gemacht. Also da ist der von Frosch tausendmal besser. Werde ich nicht wieder nachkaufen. Aber eine Flasche habe ich noch. Benutze ich halt als Allzweckreiniger. Aber selbst da verkackt er irgendwie. Deswegen immer Glasreiniger, ne? So, aber den hier mag ich sehr gerne. Das ist von Frosch, der Himbeer-Essig-Reiniger. Ja, Antikalk. Riecht super gut. Ich persönlich mag den Geruch unheimlich gern. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und muss ich mir demnächst unbedingt mal wieder kaufen. Ich hatte den halt nun auch nicht wieder nachgekauft, weil ich halt erstmal diese anderen Sachen da aufbrauchen wollte. Bei Hausmitteln bin ich auch nicht so, dass ich das so bunkern muss. Das ist mehr so bei Pflegesachen. Aber, ja. So, hier ist nochmal von Valea die Tuchmaske mit Aktivkohle. Und auch bei der hatte ich das Gefühl, dass die früher deutlich feuchter war. Und jetzt ist die irgendwie mir zu trocken. Und deswegen werde ich die auch nicht nochmal kaufen. Oh, wow. Ein Produkt für die Zähne. Und das hat mein Mann auch gebraucht. Ich habe meine Zahnpasten gerade noch. Ich benutze gerade Bio Repair und Pro Schmelz, glaube ich. Und meine Zähne sind ein bisschen empfindlicher geworden. Und mein Mann benutzt aber weiterhin diese hier. Und er mag die anderen nämlich überhaupt nicht. Und ich glaube, die hat ihm ganz gut gefallen. Und die würde ich auch nochmal kaufen. Und jetzt kommt ein Produkt. Darüber habe ich mich richtig geärgert. Das ist nämlich hier von Balea die Lippenvaseline. Ich hatte mir die halt geholt, weil ich in letzter Zeit öfter mal Vaseline eben an die Wimpern gemacht habe. Und die dann auch mal öfter an die Lippen geführt habe. Und das war einfach voll die gute Pflege. Beziehungsweise Pflege in Anführungsstrichen. Also es war auf jeden Fall ein guter Schutz, sagen wir es so. Und dann dachte ich, Mensch, dann kannst du dir die mal kaufen. Dann hast du auch was für unterwegs. Das ist aber was ganz anderes irgendwie. Also das ist ganz anders. Und das ist richtig widerlich auf den Lippen. Das war mega fettig. Ich weiß, Vaseline ist da ja auch nicht anders. Aber die ist einfach... Ich weiß nicht, als wäre es ein ganz anderes Produkt. Überhaupt keine Vaseline. Also ich will die jedenfalls nicht behalten. Und das kommt weg. Und ich ärgere mich, weil ich die extra gekauft habe. Hätte ich ein bisschen besser rausgucken müssen wahrscheinlich. So, und hier habe ich ein Parfum aufgebraucht. Und das würde ich auch wieder nachkaufen. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Müller noch gibt. Das ist hier von S.Oliver das Outstanding. Und das hat so super gut gerochen. Ja, war auch mehr so ein leicht blumlicher... Blumlicher? Blumiger? Sportlicher Duft. Und ich finde die Flasche auch so schön. Aber da muss man jetzt hier auch nicht rumstehen haben, oder? Ich hebe sie nochmal auf. Ich mag die total gerne. Also das werde ich mir auch wieder nachholen, wenn ich es das nächste Mal sehe und nicht zu geizig bin. Und die hier fand ich auch richtig toll. Das ist noch die alte Verpackung hier von Garnier Skin Active. Schwarze Tuchmaske. Für vergrößerte Poren, ja. Die hat mir sehr gut gefallen, hat richtig gut mit Feuchtigkeit versorgt und auch nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt. Also die werde ich auf jeden Fall nochmal neu kaufen. Habe ich übrigens das erste Mal bei der lieben Alida vom Kanal Family for Life gesehen. So, und die hier habe ich von meiner lieben Bahi bekommen. Verlinke ich euch beide Kanäle einfach mal wieder. Wie schon so oft. So, das war hier die Tuchmaske Bifoxi und die sah auch sehr lustig aus, obwohl mir diese rote Farbe nicht gerade gut gestanden hat. Und ja, die war ganz gut. Könnte man nochmal kaufen, würde ich sagen. Wenn es die dann nochmal gibt. Aber ich glaube, im Moment gibt es die gar nicht. Ja, und dann habe ich hier eine Isana Body Cream White Blossom aufgebraucht. Die hat mittlerweile eine andere Verpackung, gibt es aber noch. Und ich würde sie auch nochmal kaufen, aber als diese Verpackung quasi aus dem Sortiment ging, dachte ich, die wird komplett rausgenommen. Und weil ich sie so mochte, habe ich mir einen Vorrat angelegt. Der ist aber bald aufgebraucht und ich würde sie schon nochmal kaufen. Aber erstmal nicht, weil ich habe, glaube ich, fünf Pötte oder so davon dann insgesamt aufgebraucht, wenn die dann erst. So, dann von mir auch ein Duschgel hier. Sea Menuels von Isana. Nichts Besonderes, hat aber sehr gut gerocht. Wie das halt immer so bei Duschgel ist, ne. Oh, noch eine Maske. Und die war richtig gut. Die war auch von Action. Panda Face Maske. Äh, ja. Ah, mit Gurkenextrakt. Also, die werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn es die dann beim nächsten Action Besuch noch gibt. Und die war überhaupt nicht teuer. Das finde ich immer so toll bei den Action Masken. Die sind echt gut. Die machen echt gut was und sind aber nicht so teuer. Das ist ja eben auch meistens so, also ich habe keine Lust, zwei bis drei Euro für eine einmalige Maske auszugeben. Das mache ich nicht. Und dann habe ich hier von Isana. Die gibt es aber so jetzt nicht mehr. Die gibt es mittlerweile nur noch mit Aktivkohle und das gefällt mir auch ein bisschen besser. Ja, das waren einfach so Peeling Pads und ja, ich brauche immer recht lange, bis ich die aufbrauche. Aber die sind auch super gut. Es bleiben keine Peeling Rückstände im Gesicht. Und man kann es mal ganz schnell so zwischendurch machen. Gerade so, wenn man so sich schon hinsetzt zum Schminken. Und dann sieht man so, oh Mist, da unten ist noch irgendwie trockene Haut. Da kann ich jetzt gar nichts drauf auftragen. Da kann man das halt kurz benutzen und dann ist das gut. So, hier haben wir noch einen Badezusatz aufgebraucht. Der hat super gut gerochen von Balea. Creme Bad Rose und Vanille. Den habe ich schon mal nachgekauft. Werde ich auch bestimmt nochmal wieder nachkaufen, aber erstmal nicht. Muss erstmal aufbrauchen, ne? Hier ist noch ein Duschgel. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das mein Mann oder mein Sohn aufgebraucht hat. Wahrscheinlich beide. Kann man kaufen. Kann man kaufen. So, und hier habe ich etwas aussortiert. Das ist... Ach, das genau. Das hatte ich mal bei Wish bestellt. Ich hatte letztens ein bisschen öfter mal bei Wish bestellt, einfach um zu gucken, was die so machen. Und das ist eigentlich für die Augenbrauen so ein kleines Ding hier vorne mit so einem, ja, Kämmchen. Und die Dinger sind einfach mega schnell ausgetrocknet. Ich habe die zwar auch immer so kopfüber gelagert. Wenn ich dann eine Seite anmalen wollte, dann kam erstmal viel zu viel raus. Und als ich dann die andere Seite machen wollte, war sie dann schon wieder so trocken, dass du dachtest, da ist überhaupt gar nichts mehr drin. Und das hat mich mega genervt, weil ich kann ja nicht nur eine Augenbraue schminken, ne? Gerade so nach dem Duschen benutze ich das dann eigentlich immer gerne. Also irgendein Produkt noch, weil die dann einfach wechselt, diese scheiß Augenbrauen. Egal, auf jeden Fall werde ich den natürlich nicht wieder kaufen. Bestellt den bitte auch nicht bei Wish, weil der ist scheiße. Und bei meiner Freundin Sarah war der letztens auch ausgetrocknet. Und gleiches ist mit dem ähnlichen Produkt von Rival de Loup passiert. Das war auch so eine Limited Edition. Und der nennt sich jetzt Micro Blading Eye Brow Pen. Und das ist wirklich genau das Gleiche. Und er hat sich auch ganz genau so verhalten wie die andere Kack hier unten. Und deswegen, ja, kann man eh nicht mehr nachkaufen. Aber ich kaufe auch nichts mehr dergleichen. Kein Bock mehr drauf. So, hier habe ich und die möchte ich euch unbedingt ans Herz legen. Da hatte ich mal ein Make-up gesucht bei Rossmann und habe da eine ganze Menge leider mit Testern ausprobiert. Ich hasse sowas, ja, ne? Aber zwischendurch musste ich dann natürlich mal Make-up wieder runternehmen, weil ich musste halt gucken, wie sich das so auf meiner Haut halt verhält, ne? Und ich wollte jetzt nicht drei, vier, fünf bis zehn Pullen kaufen, um dann hinterher zu sehen, dass es gar nicht für meine Haut gemacht ist. So, es war eben auch mit dem Farbton natürlich ein bisschen schwierig. Und zwischendurch habe ich jedenfalls das Make-up mit diesen Tüchern hier abgenommen. Die waren da gerade im Angebot. Und, ja, meine Mutter hatte die dann angeschleppt und gesagt, ja, hier, nehm mal da mit runter. Und die sind so schön nass. Und die sind einfach, die riechen mega gut. Wir haben die dann auch einfach zwischendurch dann mitgehabt, um die Hände sauber zu machen. Und wenn die im Angebot sind, kosten die 99 Cent. Und dafür nehme ich die auf jeden Fall immer gerne mit, einfach, um zwischendurch die Hände reinigen zu können. Oder eben für sowas wie Make-up. Hier habe ich eine Spülung von Gani Fructis. Die heißt Oil Repair 3 Cocoa Frizz Control. Und die würde ich auf jeden Fall wieder kaufen, denn das ist total gut gewesen. Also habe ich jetzt schon wieder fast vergessen, dass es hier so gut war. Ja, die werde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Richtig schön geschmeidig, richtig glatt, aber nicht zu beschwert, nicht so fettig anfassen so danach. Also wirklich richtig gut. So, und bei den beiden Produkten hier. Ne, was wollte ich denn sagen? Ach so. Ach, die sind ja gar nicht leer. Schön. Ja, genau. Ich hatte die jetzt nur hier reingepackt, genau. Also die sind noch nicht ganz leer. Ich hatte die jetzt nur. Von Dessange ist das. Heißt das so? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall ist das Anti-Breakage-Defense-Anti-Haarbruch-Shampoo. Das hatte ich mal im Ausverkauf bei DM mitgenommen. Eben Shampoo und Spülung. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war jetzt allerdings über den Sommer irgendwie ein bisschen zu reichhaltig. Das werde ich, denke ich, im Winter nochmal benutzen, weil da sind meine Haare mal sehr trocken von der Heizungsluft und so. Ist mit Gelee Royale sehe ich gerade noch. Genau. Also die sind jetzt nur halb leer. Die stelle ich jetzt wieder zu meinen Vorräten. Und werde sie im Winter benutzen. Hab ich ja gerade schon gesagt. So, und hier kommt jetzt eigentlich nur noch überwiegend was für die Haare. Außer das eine Produkt hier. Das hatte ich mal mitgenommen, weil mein Kleiner das in der Werbung gesehen hatte und gesagt hat, ich brauche das unbedingt. Also das habe ich der weißen Wäsche hinzugefügt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bisschen besser sogar noch als das günstige, was ich jetzt von Action gekauft habe. Weil das richtig doll gerochen hat danach. Also man hatte echt das Gefühl, das hat so richtig Wum gemacht in der Weißwäsche. Ähm, ja, so vom Weiß her auf den T-Shirts kann ich es nicht ganz so genau sagen, weil wir hier sowieso auch nicht sehr kalkhaltiges Wasser haben. Aber alleine des Duftes wegen. Und man hatte einfach das Gefühl, dass es so richtig stark gereinigt ist. Das fand ich wirklich gut. Würde ich wieder kaufen, aber nur im Angebot, weil es mir sonst ein bisschen zu teuer. So, hier ist noch ein Produkt. Eine Eulcare Nährpflege von Darf. Habe ich von meiner lieben Nathalie zugeschickt bekommen. Und, ähm, ja, die hat mir sehr gut gefallen. Werde ich irgendwann auch wieder nachkaufen, wenn sie im Angebot ist und ich gerade eine Haarko brauche. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut, wirklich. Genau. Und hier hoffe ich stark, dass es das noch gibt. Das habe ich euch jetzt auch schon vermehrt gezeigt. Und auch gesagt letztens, wenn ihr das schon gesehen habt, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das dieses Prä-Shampoo-Peeling-Maske-Zeugs. Ja, und ich habe euch schon oft gesagt, das macht halt einmal so richtig schön, ja, so einen Grundputz auf der Kopfhaut. Und auch gerade nach dem Färben, so ein, zwei, drei Tage danach. Dann löst sich das ja immer so innerhalb, nein, in Form von Schuppen ab. Und, ja, dann holt es auf jeden Fall die, äh, man, dann holt es auf jeden Fall die restliche Farbe gut von der Kopfhaut runter. Es ist wahrscheinlich schon zu lange, aber wir sind ja auch gleich durch. So, auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass es das noch gibt, weil online habe ich es nicht mehr gefunden. Ich hoffe einfach, dass es irgendwie nur noch in der Filiale erhältlich ist. Ich bin ansonsten wirklich sehr traurig, wenn das leer ist. Eine Packung habe ich leider noch. Beziehungsweise, ich bin froh, dass ich die noch habe, ja. Ja, ein Shampoo noch und zwar von Lidl. Da muss ich mich allerdings noch ein bisschen mit rumprobieren. Das hat mir jetzt aber ganz gut gefallen. Ich meine, das kostet 55 Cent hier. Hat, äh, meine Mama und meine Schwester mir das empfohlen. Das ist, äh, das Kondor-Shampoo, glaube ich. Ja, auf jeden Fall mega günstig und, äh, wirklich sehr glänzend machen bis jetzt. Aber ich muss noch mal gucken. Also, ich will da sowieso immer nicht so bei einem Shampoo bleiben, weil ich ja viel zu genau, äh, viel zu gerne ausprobiere. Oh Gott, das ist jetzt echt schlimm. So, und das hier ist von Swiss Opa, Kokos Styling Milk. Die mag ich unheimlich gerne, weil die nicht allzu beschwerend ist. Und, ähm, ich benutze die halt ganz gerne, wenn ich mir halt so die Haare geföhnt habe. Dann sprühe ich mir immer hier unten nochmal die Enden damit ein und drehe die dann so ein bisschen ein. Föhnen sie dann nochmal an. Also macht sie auch nicht zu nass, ne, dann drehe ich die ja immer so ein. Und lasse sie dann hier oben so auskühlen, damit eben unten dann, äh, diese Welle drin ist. Und, genau, dafür ist das Zeug richtig super. Habe ich gerade wieder hier reingeschmissen. Oh, und hier war ich so froh, dass es leer war. Also es war gut. Ich würde es aber nicht nochmal kaufen. Am Anfang hat es so richtig irgendwie, also es war so, dass es die Haare wirklich leicht kämmbar gemacht hat. Es hat halt auch einen Hitzeschutz. Oh Mann, ich habe keine Lust mehr. Hä? Warum? Na gut. Und das mit dem Sprechen, das ist manchmal so anstrengend, ey. Aber es ist für euch ja auch anstrengend, ne? Na gut. Ähm, ja, das ist jedenfalls das Intensivpflege Haarmilchzeugs hier mit 230 Grad Hitzeschutz. Honig und Vanilleextrakt. Und das riecht original wie der Gourmet Vanillepudding von Lidl. Und, äh, ja, ich konnte es halt irgendwann nicht mehr riechen. Und, ja, es hat schon seinen Job ganz gut gemacht. Aber jetzt auch nicht so außerordentlich gut, dass ich es ertragen könnte, den Geruch täglich zu haben. Das riecht halt auch recht lange in den Haaren. Und, ähm, genau. Aber gut gepflegt hat es schon. Aber ich hole es halt nicht nochmal nach. Die Tüte ist leer, aber... Und das habt ihr auch schon so oft gesehen bei mir. Fasziniert. Wie gesagt, das Color Waschmittel ist bereits leer. Und das Vollwaschmittel wird die Tage auf jeden Fall leer. Und das werde ich immer wieder nachkaufen. Zwischendurch vielleicht mal was anderes zur Abwechslung. Aber es ist für mich einfach das beste Waschmittel ever. Oh, ich will es unbedingt mal in Flüssig ausprobieren. Vielleicht ist das ja auch ganz gut. Nun gut. So, jetzt haben wir es aber, ihr Süßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, ähm, bevor ich es vergesse, ich wollte noch die liebe Janna grüßen. Die wollte gegrüßt werden. Genau. Ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich grüße dich ganz, ganz lieb. Und ich freue mich, dass du mir letztens geschrieben hast. Und, äh, dass du meine Videos guckst, finde ich natürlich sowieso gut. Und ich freue mich auch, dass alle anderen die Videos gucken. Ja. Also, ganz liebe Grüße an dich und auch an alle anderen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, und bevor ich... Scheiße. So, und bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Video... Nein, nein, nein. Ja, bitte abonniert und teilt. Nein, ach Gott. Das ist doch... Ich ver... Verurteile? Nein. Ach Gott. Und ich lege mich nicht 10 bis 30 Minuten irgendwo hin und halte die Fresse. Das kann ich leider nicht. Äh, ja. Unter anderem auch die Gesichtshaare. Das ist nämlich auch ganz praktisch manchmal. Da muss man das nicht abrasieren, ne? Ich bin voll der Profi, oder? Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten. Die Musiker. Worg das ist ja auch immer. Ich bin voll der Pfi, oder? Ich bin voll der Pfi, oder? Ja, aber dass sie nicht immer. Ich bin voll der Pfi, oder?